hier gib mir mal Erze zum hochnehmen ähm, was können wir benutzen so, ok nimm Meteorite ok, egal sind hier er hat die falschen weggenommen da ah danke wahrscheinlich hat der normales Textback das sieht dann ist es einfach schwarz und man sieht den Unterschied nicht ja, jetzt hier noch hier installiert haben wir noch das nochmal so machen wir hier mal ein bisschen frei also dann kann man hier Rezepte schauen nein, nicht so mit U kann man Rezepte schauen und irgendwo Metritenschild Pflastersteine redstone ähm wir brauchen Pflastersteine so oben war es glaube ich so die schießen dann das zeigt es ab team set die Mitte des Dorfes nein nein diese küssen so es sind relativ selten aber das Schild habe ich schon wir sollten eigentlich hier irgendwo Dinge runterkommen ähm rote Bobbels nach oben gehen Charging irgendwie muss es zuerst aufladen oder so jetzt yeah die machen dann das was tun muss nämlich diese Mitte aufhalten die sind gefährlich und sie stören alles auch komischen Lärm ganz leise so so ähm hier 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 jetzt noch ein bisschen Werkzeug bauen schmelzen schmelzen mir mal was schmelzen mir mal was dann also schauen wir nochmal oh hier ist sie ganz gleich schildschutz test meteor timer näherungssensor meteoritenbeschwörer so etwas wäre richtig geil aber dafür brauchen wir aber dafür brauchen wir Uwälen Metritenbeschwörer Metritenbeschwörer Katzenkometenbeschwörer also ähm wir haben neun machen wir uns mal die die ist sehr wichtig so und blöb ah wir haben ihn schon hehehe genial hab brust brust pants hehehe so jetzt machen wir rein Glowstone die Kohle lassen drin ähm was Pfeil ach gut ich dachte schon ich hab die Pfeile rein getan so jetzt können wir hier mal bisschen Bluebells an diese Skelette töten das macht mich krank hahaha wie sehen sie genial hier 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 mal ein paar von diesen Cottonpflanzen mitnehmen wir brauchen jetzt nicht zu viel so gehen wir mal zu den voll die Südsee voll die Südsee da unten ah das ist ein Ding Säulen dachte ich schon das wären irgendwie Unterwasserbäume dort ist ein Stellagnid mal hier drüben schauen das ist irgendwas das ist irgendwas bisschen komisch aus aber irgendwie bei den Plattenstellen ist meistens irgendwas ja so haben wir hier auch ein Busch das ist ein rotes Zeugs rote Blumen mitnehmen wenn ihr für einen Rucksack am Anfang ähm Fäten sucht hier gibt es überall in Höhlen Fäten oh haha schriegt mich nicht zu boah machen die Lärm so Kohle ist wichtig im Anfang weil wir sehr viel gießen müssen ja ja so haha kannst nimmer drück auf Meteor ein eit wo u ha Da ist nämlich der Skelle. Gut. Noch ein bisschen Kopf. Ah ja, ich habe ja eine Magnetisierung drauf. Das bedeutet, alle Atems werden angezogen und im Zementar getan. Automatisch. So. Wir können langsam wieder zurück gehen. Auf dieser Seite haben wir eigentlich alles entdeckt. Leider mehr. Idas, okay. Er hat Idas gefunden. Idas und Moses. Wenn du schwarzer Rauch siehst, bau es sofort zu. Das zerstört alles. So. Was haben wir? Raw Aluminium. Eisenbahn. Okay. Ähm. Noch mehr Eisenbahn herstellen. Und mal nach Essen suchen. Überdingt. Essen. Wenn es Küh in der Nähe gibt, könnten wir die anlocken und umzählen. Was ist sonst? Pech. Ich mag einfach Kuhfleisch. Stücks. Wir wollen Tag. Keine Nacht. Keine Nacht. Erst später dann. Wollen wir auch noch mal ein bisschen Nacht. Ich mag es nicht. Oh cool. Diese Bäume lebe ich. Friedhof. Es gibt leider nur ein Huhn. Den greifen wir mal an. Das ist nämlich ein Haunted Armor. Der hat was Ektoplasen getroppt. So diese weiten Bäume. Die sind so cool. Und hier haben wir die Kühe sehr praktisch. Also nehmen wir kurz den Baum mit. Haltet die bei mir hier. Sehr schön. Was gibt das für ein Holz? Oh, das ist auch schön. Oh, ich liebe so etwas. Da kann man so schöne Häuser draus bauen. Alle Farben und so richtig gut. So. Ihr. Muher. Kommt jetzt mit. Wir wollen euch in der Siedlung haben. Du kommst auch mit, bitte. Aber richtig. Okay, dann nur die. Ah, da kommt sie. Kommt sie. Zum Gießen. Ein Material. Oh, was ist das für ein Berg? Schlimm. Schlimm. Ja, wo seid ihr jetzt? Wirklich. Wirklich, okay. Ja toll. Da drüben könnten wir weiter. Komm. Kommt. 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 Vielen Dank.